wow spannend ja herzlich willkommen zurück zu in der mod für AMA 2 ja wir sind hier immer noch allein unterwegs haben keinen getroffen und unser französischer freund ist auch nicht mehr on ja ich bin wirklich ganz alleine wow ein toller server ist das hier eine population der ist der hammer ja was haben wir erlebt ganze menge hatte richtig glück am flughafen am anfang durch die tollen loot gefunden und dann nochmal loot gefunden und eine bumme wo ich keine munition habe ja so ist es und jede menge springende zoppen habe ich hier ja wow die hüppeln hier oben so ja wir haben stimmung auf hier ist was los schaut euch das mal an gut hier machen wir weiter da könnte auch wieder einiges sein vielleicht sogar was gesundes zu essen vitaminen apfel wobei ich weiß nicht ob es in der AMA so was gesundes wie äpfel gibt oder vitamin tabletten das ist ja eine stand alone so aber eine stand alone ist stand alone das ist ja noch mal zacken schärfer muss ich mal so sagen also wenn man denkt man ist ein guter gamer und zockt dann halt dann auf einmal hier den epoch dann ist ja doch schon ein bisschen härter als hier ist ein auto oder so wir haben wir haben ein mag auf magazin und penkelers aber penkelers ich weiß mal den scheiß motorblock hier weg ja was sagt da mit dem motorblock gut dann haben wir hier die reifen kaputt sooo na ok schauen wir mal weiter ich könnte wissen der ist jetzt ganz und ich komme mit ihm hier raus ich komme mit ihm hier raus ich könnte wissen äh ne doch nicht ok das wäre das wäre jetzt der Hammer gewesen wenn 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 das ist Lockett ich werde irre wieso ist hier ein Lockett Fahrzeug drin normalerweise ist da Lockett wenn da ein Spieler dran aber wun 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 gut was haben wir denn da Empty Sodakil nee aber da ist was Moon noch mehr Moon ja tolle Ding schauen wir mal Stanek Stanek habe ich schon ja wissen wir was ich schmeiß mal diese blöde Dose auf unknown weg und nehm mal die die Slugs mit theoretisch ne das geht nicht die blöde Flasche auf Empty Whisky Bottle machen wir auch mal weg und nehm dafür Ditte dafür rein Mist dann geht das andere weg ahhhhhhhhh kein Zinkanister dann machen wir mal den Zinkanister weg und dann nehmen wir mal die Muni hier mit ok ok joo boah jut 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 ok machen wir weiter juta jut juta jut 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 jcat jut jut j jer jant jant Wir gehen so rüber Der Zombie macht mich nervös Ja, der hat mich natürlich auch gesehen Oh mein Gott So, Zombie hinter mir, Zombie vor mir Ja Noch ein Zombie Und dann geht's wieder lang Schade Ich hab gehofft, dass ich da so sauber Vorbeikomme Aber so ist es Vertraue kein Zombie Na, sieht er mich? Der kommt immer noch näher Schade, er sieht mir Gut, gehen wir mal durch die Bäume her So Bäume, Bäume, Bäume Ja, ist das so schön? Der Baum, dein Freund Kicken wir mal Schauen wir mal, ob er den los wird Einige Bäume waren hat, ja Und ab in die Wurf Position Und Wie viel Zombie ist hier immer hinter uns? Keinen Gut Oh mein Gott Ja Jetzt wieder so lang Sag mal, man kann vorsichtig laufen, wie man will Aber die Schweinebande entdeckt trotzdem ein Soll man immer vorsichtig sein Okay Theoretisch müsste ich mal eine Stadt finden Irgendwann mal Ich weiß nicht, ob ich das noch in dieser Aufnahmesession mache Weil ich bin hier jetzt doch schon eine ganze Weile am Zocken Und so langsam will man ja doch was anderes machen Man kennt es ja Man wird ja dann doch noch so ein bisschen dröge im Kopf Braucht man eigentlich auch mal RL-Technik was zum Trinken Ja Und das ist mittlerweile hier 19 Uhr 26 Das heißt, eigentlich müsste man auch mal was essen Naja So Ich mache diese Folge doch ein bisschen länger, denke ich Aber nur diese Folge Bald wird eine Abschlussfolge Bald danach werde ich essen Da vorne Ich werde nochmal versuchen da rein zu gehen Gucken, was Loot-Technik ist Und dann Beenden wir das Ganze hier Und schauen mal Was Sache ist Muss ich den ganzen Zeug sowieso noch hier hochladen Das dauert eh noch Oh Mann Ah, das passiert dann nebenbei Währenddessen zocke ich was anderes Und zwar werde ich dabei dann Wohl Ein MMO zocken Eines, das nicht jedem bekannt ist Ja Hier ist der Zaun überzogen Schön Will mir die Landschaft hier einen Strich durch die Rechnung machen Ja, der Zombie, der will mir auf alle Fälle einen Strich durch die Rechnung machen Der sagt sich, lassen wir den Trottel mal hier komplett rumkrauchen Oh Mann 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 Obwohl, jetzt braucht der so weit Ah, vergete die Geh mal da hinten lang Schön Schön Vorbei Das ist eine tolle Aufnahme Ist ja der Zaun da so Wow Muss ich hier noch irgendwas extra bei dir Das ist der Maike B So, der Schuppen sieht zu aus Gegen Mama Schön um die Ecke Oh, wie soll ich hier oben ist da Okay Ja Und dann nochmal hier um die Ecke Da ist nichts Gut Dann schauen wir mal weiter Da die Halle Die Halle Die Halle ist das gehen wir mal heute müsste man eigentlich nur noch durch stöbern man jetzt werde ich könnte natürlich das kann nicht wahr sein und wieder heute hat habe ich dann verbrochen dass hier dauernd so ist das kann ja immer um die ecke ist und schnell okay lassen wir sein wir sehen so dass man das land gewinnen auf loge stelle ich mir gerade selten dämlich an ja hier mal an die bäume rein ja und dann würde ich sagen beenden wir den zeug hier sterben lassen will ich den charakter jetzt nicht oder obwohl lassen wir sein ist die letzte folge schauen wir mal was ich bin so zielsicher ich hätte nicht gedacht dass ich so ziel sicher bin leute ich bin keine ego-shooter profi nochmal so nebenbei gesagt okay da ist noch einer jetzt kommt ein bisschen action okay jetzt lassen wir sterben jetzt noch mal schnauze voll kommt leute ja noch mal gut und ruft damit ja oh gott ein horn ganz schön lange jetzt frage ich mich warum man hier so schnell sterben kann das ist irgendwie ja merkwürdig na los bisschen schneller jetzt haben wir so lange gelebt und die bohren server restart in 30 minuten okay das nenne ich passendes ende wow ja also bis in dem sinne viel spaß noch in dieser epoch leute nächstes mal mit einer neuen session vielleicht auch ein ganz anderes spiel schauen wir mal also bis in dem sinne viel spaß und schönen sommer und für die und bei bei und den franzosen der hier drauf war auch auf wiedersehen bis in dem sinne viel spaß